Der Patient ist cured, das ist doch eine wunderschöne Einstiegsnachricht. So, wir sehen, der neue Zug kommt an mit einer neuen Krankenschwester. Die Ava Webb, hat die Vorlieben? Nein, hat sie nicht. Aber das ist gut, dann kann sie eigentlich ins Feldlazarett. Kann da nochmal für ein bisschen Ruhe sorgen. Und dass sich die Patienten hier nicht allzu schnell verschlechtern. So, ansonsten, wir bewegen uns in Richtung des Krankenhauses. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Mit unserem Squad. So, hier hinten sind wir aber durch. Das heißt, das nächste wäre die Jagd nach den großen Geschützen. Die Kundschafter meiden Straßen und offenes Gelände und führen Harris' Einheit zur Hütte des Fischers, wo sie in der Lage sein sollten, die Frontlinie zu überqueren. Ab dafür. Wunderbar. Ich habe mich übrigens noch nicht mit dem Laster beschäftigt. Das mache ich mal demnächst irgendwann. Also, vielleicht nach der Folge muss ich mal gucken. Aber ja, ich habe es noch nicht so ganz rausgefunden, was, also nicht was, sondern wie das Ganze funktioniert. So, erhöht die Anzahl, äh, höchst Anzahl an Kundschaftern. Das können wir mal machen, kurze, schnelle Ding. Äh, wir haben gerade eh nichts zu tun. Weil, da wird operiert, da haben wir noch zehn. Da fehlt es, aber ich glaube, da produzieren wir. Und hier, ach, guck mal. Ah, nee, das reicht auch schon. Okay, wir brauchen also tatsächlich nur noch die Medikamente. Ja, auch mal richtig, ne, die Leute zuweisen. Äh, da sehe ich aber auch keinen dringenden Bedarf, warum ich das schneller machen müsste. Ich würde vielleicht... ...in Richtung Alkohol nochmal gehen. ...und nochmal Essen und Alkohol nachordern. Muss aber jetzt nicht allzu viel sein. Ja, oder doch. Dann machen wir es mal so. So, dann haben wir Alkohol, äh, ja, Alkohol und Essen erstmal nachgeordert und können hier produzieren. Sehr schön. Nein, wieder eine Milliarde neue Patienten. Ach, die werden in die Zelte hier vorne gebracht. Das ist ja krank. Die werden dann hier drüben quasi... ...reingeschleppt. Sir, new patient arrived. Okay. So, der erste... ...ist schon mal stabil. Äh... ...den kriegen wir schnell weg. Mächtig, also werde ich doppelt so hart kämpfen, Sir. Ja, großartig, danke. Und den kriegen wir dann schon mal weg. So, da wird geackert, das ist schön. Wir haben uns doch gar nicht so wirklich die Karte angeguckt, ne? Sir, new patient arrived. So, ja, die sind alle entspannt, das ist okay. Ja, jetzt brauche ich natürlich wieder... ...normales Verbandsmaterial. Nächster Zug. Wunderbar, mit den ganzen Sachen. Ein VIP. Ach so, ja, ich weiß nicht, wo die hin müssen. Ich würde jetzt einfach mal alle zum Headquarter schicken. Oh. Sehr schön. Kürzere Genesung oder geringere Kosten? Ich bin tatsächlich für die geringeren Kosten. Und... ...Kugel hat durchschlagen, easy. Tja, new patient arrived. So, stabil. Warte mal, da musst du raus. Fangen wir mal mit dir an. Du bist eh gut ausgeruht. Dich und dich. Und die anderen haben alle keine... ...keine Dings gerade, okay. Ich bin so ein Idiot, Alter. Ich mach schon wieder das Falsche. Boah, ey. Nerv ich mich selber, ist das Wahnsinn. Er hält Produktion... Oh Gott, Alter. Produktionstempo. Aber sowas von. Scheiß mal auf Boost gerade. Da haben wir ja mehr als genug gerade bekommen. Sehr schön. Längere Genesung. Moral steigt. Moral unwichtig. Oh, guck mal, es kommen keine neuen... ...am Arsch. Okay, es kommen 10 neue Patienten schon wieder. Sir, Operation war successful. Aber unsere Quote ist, finde ich... ...sehr, sehr vorzeigbar. Es sterben wirklich sehr wenig Menschen. Sir, der Quartiermeister hat gerade gemeldet, dass etwas Alkohol verschwunden ist. Er wurde wahrscheinlich letzte Nacht gestohlen. Super. Sowas wurde hier gestohlen? Essen oder was? Sir, ich hab gerade mit dem Quartiermeister gesprochen. Es sieht so aus, als hätten wir einen großen Vorrat an Alkohol. Wir könnten etwas davon an die Krankenhausbelegschaft verteilen... ...oder mit den Soldaten an der Front teilen. Ich bin sicher, das würde die Moral heben. Moral auf gar keinen Fall. Du erhältst 10 Kampfkraft bis zur nächsten Schlacht. Interessiert mir auch nicht. Die Schlacht sieht gut aus für uns. Großartig. 10 Stunden für einmal, Matt? Ja. Finde ich gut. So, ist noch irgendwo eine Mission? Eine Nachricht? Nö, alles gut. Ist hier ein Zeppelin? Zeppelin? Also, Zeppelin in Anführungsstrichen wahrscheinlich. Oh, oh. Längere Operationen. Äh, Sir, in den Augen des Patienten findet sich eine chemische Substanz, die eine starke Reizung verursacht und zur Erblindung führen kann, wenn keine Behandlung erfolgt. Ach Gott, Alter. Von Hand reinigen lassen. Ja, komm, können wir mal machen. Dies ist okay. Ja, natürlich. Neue Patienten. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Oh mein Gott, alle Krankenschwestern sind durch. Oh, extrem erschöpft. Scheiße. Ne, die muss bleiben. Sanitäter? Ja, hier müssen wir auch mal ein bisschen... ...sich erholen lassen. Äh, was ist hier los? Ah! Sanitäter. ...arbeitet auf dem Friedhof effizienter. Ist aber effizient... Ne, ne, ne. Okay. Hier, erhöht die Effizienz von anderen. Lustig. Das ist gut. So, die Operation verlief überraschend komplikationslos. Sehr schön. Schau, es mangelt an... Achso, ne, es mangelt gar nichts. Es ist einfach nur eine Zuteilung. Äh, hier machen wir eine zwei Stunden OP. Rette mich, Doktor, bitte! Achso, warte mal, was war denn noch? Machen wir es so rum und da darf man es auf jeden Fall Pause machen. So, wir brauchen acht... Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich... ...hier nochmal herstellen. Was habe ich denn gerade verbessert? Ach, hier die Geschwindigkeit, ja. Verringert die Menge der Nahrung durch... Was? Verringert die Menge der Nahrung, die der Verbrauchte um 10%. Okay. Wichtig. Verringert die von Einheiten benötigten Pausenzeiten um 10%? Oh mein Gott. Okay, das müssen wir unbedingt machen. Das müssen wir unbedingt machen. Extrem erschöpft. Okay, sorry, ich muss mal durchtauschen. Ja. Wobei, warte mal, wir machen erstmal kurz die Achte. Und wenn wir die Achte haben, dann... ...kann wir wieder umswitchen. Äh, wir haben übrigens gleich Angriff. ...der Deutschen. Nein, nicht Artillery Fire. Okay, kennen wir. How many? How many? 9? No. What? Alter, Leute, hört auf. Neun Leute sind verletzt. Alter, das ist ja faszinierend. Ich sollte das hier vielleicht mal machen, ne? Feldlazarett und Verbandsplatz. Ich glaube, das machen wir als nächstes auch noch. Das mit der Pause ist, glaube ich, okay. Das können wir lassen. Aber hier diese Falttrage, die müssen wir uns mal vielleicht besorgen jetzt. Oh mein Gott. Äh, ja, ich weiß, wie gesagt, nicht wohin mit euch. Du gehst in den Schützengraben. Wir müssen uns auf den letzten Angriff wahrscheinlich vorbereiten. So, ihr seid erschöpft. Dann geht ihr raus. Warte mal, wir sind doch durch, oder? Ja. Okay, dann... ...kannst du hier hingehen. ...krankenschwestern sind wieder fit. Fit, Ter. Alter, 13 Leute sind jetzt schon verletzt. Boah, das ist... Das ist krass. Das ist krass. Oh mein Gott. So, ihr switcht. Möchte ich hier nicht arbeiten. Okay, das passt. Ihr ruft euch weiter aus. So, da haben wir alle zugewiesen. Hier können wir jetzt weitermachen. Ja, komm, kriegt jeder einen. Sind doch alle ausgeruht, beziehungsweise gut ausgeruht. So, wir brauchen 16. Sir, Doktor ist going to the... Sir, Operation was successful. Sehr schön. Sehr schön. Und der hat schwere Verbindungen. Unser Körper scheint bereits mit der Selbstheilung kommen zu haben. Sehr gut. Er muss in den Schützengraben. Äh... Wieso kommt da ein Zweier dazu? Weiß man nicht. Okay. So, nächste. Ah, schade. Okay. Hätte ich aber auch noch ein bisschen was machen können. So, dann... Äh... Verbesserung. Wir machen jetzt erstmal... Das hier. Und dann können wir vielleicht noch mal einen... Sanitäter-Trupp holen. Sehr schön. Ah, guck mal. Hier haben wir wieder ein Upgrade. Ruhige Hand. Immer. Ruhige Hand machen wir immer. Sehr gut. Es werden einfach immer mehr an den Schützen gereden. In der... Die EHS ist unterbesetzt. Es werden Sanitäter zum Schützen... Erste Hilfestation. Damit ist der Verbandsplatz gemeint, ne? Sir, Patient ist kürzt. Das Wort EHS verwirrt mich immer so ein bisschen. So, das geht durch. Ja, hier geht gar nichts durch. Genau, ihr arbeitet noch. Okay. Läuft ja erstmal. Ja, wie gesagt, hier wird es jetzt ein bisschen kritischer. Ah, perfekt. Kürze Genesung. Für einen Mett ist okay. 13 Verletzte. Alter. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist wie ein deutscher Zeppelin. Was war das? Das war, glaube ich, jetzt nicht so geplant. So, der Fischer. Die Kundschafter und Harris' Einheit erreichen den Fluss in der Nähe der Fischerhütte. Der überraschte Fischer versteckt seine Kisten schnell unter einer Plane. Er scheint etwas nervös zu sein, aber nach kurzer Verhandlung stimmt er zu, die Einheit zur anderen Seite zu bringen. Aufgrund des hohen Risikos würde er sich allerdings über einen Anreiz, wie er es nennt, freuen, bevor er die Einheit seinen Dienste anbietet. Äh, ein Anreiz. Ja, komm, die Anspielungen des Fischers machen Harris zornig und er gibt ihm unmütlich zu verstehen, dass ihm keinen müden Penny geben wird, da er und seine Männer schon das Zehnfache im Blut bezahlt haben. Der Kommandant der Kundschafter bittet Harris, ihm die Verhandlungen zu überlassen und die Männer ins Boot zu bringen. Danach kehrt er zum Fischer zurück, da er schon vermutet, um welche Art Mensch es sich handelt, bittet der Kommandant ihm eine... ...bietet der Kommandant ihm einige Flaschen Alkohol und einige Vorräte an. Dann lächelt er wissend, deutet auf Harris' Männer und dann auf die Kisten im Lager. Er fragt den Fischer, ob er weiß, was das Gesetz in Bezug auf Schmuggler besagt und fragt ihn dann, ob er es sich noch einmal überlegen möchte. Der Fischer überlegt einen Moment. Zunächst wirkt er wütend, doch schon kurz darauf macht sich Resignation auf seinem Gesicht breit. Er stimmt dem Angebot des Kommandanten widerwittig zu. Ja, ein German Zeppelin. Oh, Entschuldigung. Kurz darauf, er wird nicht mehr in den Dienst zurückkommen. Das ist okay. Okay, also wir können... ...wahrscheinlich jetzt hier bin drauf, ne? Die Jagd nach den großen Geschützen. 20 Stunden. Und ein ungewöhnlicher Tag. Dem Krieg. Aber wenn wir schon mal hier hinten sind, würde ich sagen, wir gehen hier weiter. Sir, Scouts Unit has started a new mission. Dich soll erst mal passen. Achso, und wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt hier mal volle Lotte in den Verbandsplatz gehen. Möchte hier arbeiten. Oh, perfekt. Keine Vorliebe, keine Vorliebe, keine Vorliebe. Ja, Friedhof brauchen wir eigentlich nur ein Team. Da müssen nicht unbedingt zwei sein. So, das passt. Sophia Webb geht wieder hier hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Ihr ruht euch aus. Okay, das tut der Pass. Vier verwundet, neun in den Schützengräben. Sir, Medikamente erreichen die Casualty-Klärungstation. Äh, Maßnahmen ergreifen. Ne, haben wir leider alle nicht. Moral sinkt. War nicht so schön. So, na gut. Das ist ja easy. Wir brauchen noch mal ein Fläschchen. Und... Ja, hier ist egal, wer. Das passt auch sehr gut. So, warte mal. Wir machen mal hier erst ein Fläschchen. Dann können wir nämlich den anderen auch gleich behandeln. Ich hätte nie gedacht, dass wir es schaffen würden. Was schaffen wir denn? Alter, ist denn hier los? Okay, auf geht's. Sir, Patient is cured. Patient is cured. So. Wir haben kein Alkohol mehr. Das ist schwierig. Da müssen wir Alkohol herstellen. Warte mal, wenn ihr jetzt hier arbeitet, dann könnt ihr... Also, ihr könnt ja eh nicht arbeiten, dann ruht euch weiter aus, ne? Okay, sehr gut. Die ist auch schon wieder erschöpft. Mann, 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 was die Leute hier erschöpft sind in diesem Spiel. Ja, ja, ich weiß. Ich muss eigentlich... ...mir Schnaps aneignen. Äh, so. Und, genau. Wir brauchen die Medizin. Sir, Patient is cured. Wieso arbeitet ihr nicht? Ach, war ich 1,9 Schnapsbraucher? Wow, das ist viel. Das ist sogar sehr viel. So, wir switchen durch. Ihr seid alle okay. Entschuldigung. F.I. Äh, F.L. Okay, ich brauche erstmal keine normalen Medikamente mehr. Da sind wir durch. Nahrung haben wir mehr als genug. Ja, ein bisschen Schnaps kann man nebenbei noch herstellen. Wobei, wie gesagt, gleicher Neuer kommt über den Zug. Können wir mal gucken, ob wir irgendwas verbessern können. Wobei, mit 2 werde ich nicht weit kommen, ne? Verbessert technisches Depot, verringert Bauzeit von Verbesserungen um 25%. Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich gar nicht schlecht. Stimmt, ich wollte die Pausenzeiten verringern. Oder, verbesserte Feldlazarett ist natürlich auch nicht schlecht. Thomas Schiene, verringert Tempo der Zustandsverschlechterung um 10%. Ja, oder wir machen hier die einfachen Sachen, ne? Hier so Hypnose für 1. Das können wir mal schnell machen. Das dauert ja nicht lang. Stündchen, dann sind wir durch. Anderthalb Stündchen. Sehr schön. Ja gut, wir haben alles zugewiesen. Perfekt. Sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir halt nur noch die vom Verbandsplatz hier runterkriegen, ne? Die 13. Oder wer weiß, wie viele es mittlerweile schon sind. Ah, guck mal, da kommen jetzt schon die ersten Patienten bei uns an. So rennt ihr ihn zum Friedhof. Die sind schon alle tot. Sir, das Z-Quadr hat uns gebeten, ihnen chemisches Medizinmaterial zu schicken, da es Lieferverzögerung gekommen ist. Wenn wir das tun, revanchieren sie sich dafür mit Personalbewilligung. Ich verliere 10 Flaschen und bekomme aber 2 von denen. Ne. Also ich habe ja eh keiner, aber... Sir, Patient is cured. Okay, dann machen wir erstmal wieder Feierabend. Morgen kommen direkt die nächsten Patienten. Ähm, plus die vom Verbandsplatz. Wobei anscheinend auch welche tot sind. Und dann gucken wir mal, ob wir denen aus dem Schützengraben helfen können. Sieht ja erstmal ganz gut aus. Der Angriff, der bevorsteht, den werden wir auch jetzt, oder würden wir auch jetzt schon schaffen. Ähm, somit sollten wir Kapitel 1 dann morgen hoffentlich beendet haben. Erstmal schönen Nachmittag euch und bis morgen, meine Lieben. Und jetzt nochmal. Kommen Sie jetzt. Schausi. ligne удар vor. Nah, mehr hand, wieder auf. Ich NYTiki,uguel closed hier. Ich sage mir nichtscribing,", oder? Und jetzt sage ich mir mal, aus. Ich bin kein wonderfullyberscaveler drin. Und jetzt?